Gut hören heißt besser leben. Ganz nach diesem Motto steigert das Hörzentrum Denkert ihre Lebensqualität. Der Meisterbetrieb im Herzen Kassels berät sie mit modernster Technik in allen Belangen rund um ihr Gehör. Zwei Mitarbeiter kümmern sich persönlich um ihre Höranalyse und zeigen ihnen in einem Beratungsgespräch alle Eigenschaften einzelner Hörsysteme auf, um ihnen den optimalen Hörerfolg zu gewährleisten. Der Meisterbetrieb begleitet sie jedoch nicht nur in der Anpassungsphase, sondern ist auch während der gesamten Tragedauer für sie da. Dazu gehört beispielsweise ein Reinigungs- und Pflegeservice, um die Lebensdauer ihres Hörsystems zu verlängern. Daneben übernimmt die Firma Denkert auch den Service, Wartungen und etwaige Reparaturen und bietet Hörsysteme ohne Eigenanteil sowie eine Tinnitusberatung an. Testen Sie Ihr Gehör auch online auf der Webseite des TÜV-zertifizierten Hörakustikers unter www.hörzentrum-denkert.de www.hörsysteme.de Vielen Dank.